Der italienische Schriftsteller Umberto Eco ist tot. Er starb gestern im Alter von 84 Jahren. Mit seinem Bestseller, Der Name der Rose, erlangt der Eco internationale Berühmtheit. Umberto Eco machte sich aber auch als Philosoph, Sprachwissenschaftler und Kolumnist einen Namen. Schriftsteller, Autor, Journalist, Intellektueller, Sprachwissenschaftler. Umberto Eco war einer der bedeutendsten Gelehrten Italiens. Seine Leistungen wurden mit zahlreichen Ehrendoktorwürden honoriert. Und bis zuletzt war der politische Beobachter ein überzeugter Europäer. In diesem Moment bin ich sehr pessimistisch, weil der Sinn für Solidarität abnimmt. Und ohne Sinn für Solidarität funktioniert Europa nicht mehr.